So, ich denke mal, ihr habt's Thumbnail gesehen oder Titel gelesen, vielleicht sogar beides, deswegen kann ich mir ein längeres Intro sparen, ihr wisst, worum es geht. Kameratest des Vivo X60 Pro Plus und das Ganze im Vergleich mit dem OnePlus 9 Pro, das ja dank Hasselblatt sehr, sehr viel Hype im Vorfeld abbekommen hat, den es zumindest mal normal nach bis jetzt noch nicht ganz rechtfertigen konnte. Ob das Ganze heute mit Zeiss anders aussieht, wird sich noch rausstellen. Kurz noch die Beantwortung der Frage, ob das Wireless HD von Sennheiser sind. Nein, sind nur ohne Kabel, sind meine HD 580X, die ich nur wegen dem Mikrofon nutze. Und zusätzlich noch eine Information, das OnePlus 9 Pro hat seit dem letzten Video, das ich gemacht habe, noch ein Update bekommen, dass gerade das Überschärfen, das ich ja relativ stark bemängelt habe im letzten Video, verbessert haben soll. Und ich sehe eine leichte Verbesserung, aber es ist noch auffällig, es ist meiner Meinung nach immer noch ein Problem. Und deswegen wird auch gerade im direkten Vergleich des Vivo immer ein gutes Stückchen softer aussehen. Aber es ist besser so, weil das kann ich problemlos nachschärfen, dass es genauso aussieht wie das. Aber das hat in dem Vorfeld schon relativ viele Details teilweise zerstört, wo sie hier noch intakt sind. Deswegen seht ihr es ein bisschen, ja, vorsichtig. Aber ich würde sagen, ein bisschen vorsichtig switche ich jetzt mal rüber auf meinen Platz, damit ich mir die Bilder genauer ansehen kann. Fangen wir mit Ultraweitwinkel an. Auf der linken Seite das OnePlus, rechts das Vivo, aber das seht ihr ja diesmal auch an der Watermark. Möchte ich kurz darauf hinweisen, dass das Vivo extrem schöne, natürliche, lebendige, allerdings immer noch akkurate Farben hat, mit einem leicht versetzten, vielleicht kleinen Colorboost und allerdings auch eben so einem leicht wärmlichen, gelberen Ton. Wo eben das OnePlus generell kühler aussieht, zwar auch halbwegs akkurat, auch wenn es hier jetzt recht stark unterschiedlich aussieht, wirkt allerdings von den Kontrasten gerade im Himmel ein bisschen übertrieben, weil so viele Wolken sehe ich persönlich so auch nicht. Zusätzlich allerdings noch das Überschärfen und so weiter, aber das wird sich im ganzen Rest des Videos noch zeigen. Aber wenn wir jetzt eben mal reinzoomen, merkt ihr vielleicht, dass die Bilder nicht so mittig sind wie sonst. Das liegt irgendwie daran, dass das Vivo, dank irgendeiner Ebskalierung, das Raster, das ich benutze eben, um die Bilder auszurichten, irgendwie daneben war. Und deswegen ist das Ganze eben versetzt, aber ich wollte es, ja, einfach wie immer so machen und das ging halt leider nicht. Deswegen überschneidet sich das Ganze, aber es ist egal, es passt schon. Ihr seht allerdings bei beiden schon bei der Ultraweitwinkel. Aus der Distanz ist das Vivo ein bisschen unschärfer, wobei ein bisschen aber dezent noch Überschärfen beim OnePlus auch hier sichtbar ist. Aber die Details, seht ihr hier schon mal, sind ein bisschen besser kontrastiert. Der Rasen sieht extrem natürlich aus, so wie es eben mit den eigenen Augen wahrgenommen hat. Aber wenn ich mir das Ganze jetzt so angucke, ja, das OnePlus ist zwar leicht überschärft, aber hat ein bisschen mehr Details, wobei das auch nicht bei jedem Bild unbedingt sichtbar ist. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel schon mal auf das hier switchen und mal genauer gucken, da ist der Vorteil beim OnePlus meiner Meinung nach größtenteils auch schon wieder verflogen, weil jetzt ist hier auch sogar mehr Struktur, mehr Details bei dem Vivo sichtbar. Auch jetzt hier hinten in der Ferne. Natürlich lassen da beide Federn, aber mehr kann man jetzt eigentlich von so Ultraweitwinkeln nicht erwarten. Wobei hier, seht ihr schon, das Ganze ist schon verschwommener Musch, wo hier noch einzelne Details sichtbar sind. Also im Prinzip wäre das jetzt einmal ein Sieg für das OnePlus, einmal für das Vivo. Man könnte sagen unentschieden, aber das Ganze ist so eine Hin- und Her-Sache. Es ist ja nur die Ultraweitwinkel. Wobei, wenn ich das halt jetzt beurteile, wenn ich das Bild so sehe, also wo ich die ganzen Kleinigkeiten von der Schärfe sowieso nicht irgendwie gerade auf dem Handy irgendwie sehen könnte, von den Farben gefällt mir einfach das Vivo deutlich einladender. Zumal auch der Farbton gerade der Mauer hier oder dieser Wand deutlich akkurater ist. Wirkt sehr, sehr schön. Auch der Himmel. OnePlus sehe ich irgendwie deutlich mehr dunkle und helle Stellen, wo ich mit dem bloßen Auge so nicht sehe. Also das ist beim Vivo deutlich besser. Man sieht ja, wie schon gesagt, diesen leichten Boost manchmal bei dem Grün, gerade bei dem Gras. Aber dafür ist halt der Ton zum Beispiel, dieser Straße hier absolut akkurat und die Details sind halt noch da. Und alles in allem ist das meiner Meinung nach das bessere Bild. Und das sieht man auch hier schon wieder. Wenn wir näher rangehen, gerade hinten, ja, OnePlus ist schärfer. Aber hier seht ihr auch schon wieder, da ist schon wieder so ein bisschen Details zerstören mit dem Spiel. Wo halt allerdings so ein komischer Blur und auch so ein verzogener Blur gerade bei dem Vivo. Bei Vivo ist mir aufgefallen, dass das nicht konstant über das ganze Bild die gleiche Schärfe hat. Aber wenn ich das jetzt beurteilen müsste, rein von den Details und Schärfe, in der Regel ist das OnePlus ein bisschen besser. Aber da man diese kleinen Unterschiede sowieso rausgezoomt nicht sieht, gefällt mir gerade aufgrund der besseren Farben eigentlich schon das Vivo sogar besser. Jetzt gehen wir in Richtung Zoom und das hat mich stark verwirrt. Denn guckt euch jetzt zum Beispiel mal an das hier. Das ist 3,3-fach Zoom. Und da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, weil er das OnePlus den direkt hat und das Vivo ja nicht, weil es geht von 2er Zoom auf 5er Zoom erst rüber. Und da ist kein, aber ich kann ihn wirklich gut einstellen. Und ich wollte ihm beiden die Chance geben, weil ich habe auch nachher mal jeweils einen 5er Zoom. Aber ihr seht halt hier, wie viel mehr Details, wie viel mehr Schärfe. Und das ist bei allen Bildern durchgehend bei dem Zoom eben, bei dem Vivo sichtbar, da einfach bestehend ist. Also da kann das OnePlus nicht mehr ansatzweise mithalten. Und hier zum Beispiel bei dem 5er Zoom ist die ganze Sache noch deutlich. Also das sieht verschworen aus. Und was mich hier eben wundert ist, wie stark sich das OnePlus unterscheidet eben bei verschiedenen Konditionen. Weil jetzt mal zum Beispiel, gucken wir uns jetzt mal hier zwei Bilder von OnePlus an, an zwei verschiedenen Tagen. Also hier rechts das OnePlus, vor glaube ich zwei Wochen bei gutem Wetter geschossen. Das hat noch den Detailgrad, wo ich beim Vivo allerdings auch bei deutlich schlechterem Wetter erkenne. Denn gucken wir uns das jetzt nochmal hier an, wenn wir jetzt alle dreimal nebeneinander haben. Also in der Mitte des Vivo. Das Vivo hat natürlich vom Sonneneinfall und so ist das Licht ein bisschen anders, aber so müsste die Mauer aussehen. Aber der Schärfegrad ist hier relativ ähnlich, wobei wir auch bei dem OnePlus hier schon wieder ein bisschen überschärfen sehen. Aber dass das gefühlt schlechter geworden ist oder bei leicht schlechteren Wetter so nachgelassen hat, das OnePlus kann ich mir irgendwie nicht ganz erklären. Weil ihr seht den Unterschied. Also 3,3-facher Zoom hier. Das sind Welten, wenn ihr gerade mal hier die Details anguckt. Und auch nochmal den 5-fach Zoom. Schlimmer geht es natürlich, so weiter geht. Also ich habe zum Beispiel bei 15-fach, da war ich auf der anderen Seite des Flusses, das ist 15-fach Zoom. Äh, ja. Also sobald ihr zoomen wollt, und ich habe das Ganze zum Beispiel auch nochmal an einem anderen Tag gemacht. Das Ergebnis ist nicht anders. Also ihr seht schon, aus irgendeinem Grund kann das OnePlus jetzt auf einmal nicht mehr zoomen. Und ich habe die Linse vorher jeweils abgewischt und alles mögliche gemacht. Also es ist immer noch gut. Also wenn wir das jetzt nur einzeln angucken, ist die Schärfe hier da. Aber hier ist einfach, guckt euch einfach mal das hier an. Also die Details und... Ja, also die anderen Bilder muss ich euch eigentlich gar nicht mehr zeigen. Also ich mache es zwar ganz kurz, dass ihr das einfach nochmal sehen könnt, wie drastisch der Unterschied ist. Also wenn ihr einer seid, und das ist natürlich auch nur, ob es für euch wichtig ist. Wenn ihr einer seid, der oft zoomt, dann müsst ihr einfach zum Vivo greifen. Das ist wirklich Hammer. Also gerade hier nochmal der Unterschied. Die Farben, die Schärfe. Wahnsinn. Absolut geil. Ansonsten gehen wir jetzt mal kurz auf Selfies. Das ist absolut nicht geil bei beiden. Also jetzt ist halt gespiegelt, aber das spielt ja auch keine Rolle. OnePlus ist eigentlich hinten noch ein bisschen schärfer. Da wird das Vivo gerne mal ein bisschen unschärfer. Wobei ihr seht auch schon wieder direkt OnePlus überschärft, wo es das Vivo halt nicht macht. Und deswegen sage ich auch, die ganzen Bilder, das werdet ihr später gerade bei den normalen Weitwinkelbildern sehen, wirkt das Vivo halt softer. Aber ihr habt die Details noch, wenn ihr eben genau hinguckt. Und beide hauen mich nicht um. Beide machen einen soliden Job. Beide machen gute Bilder. Aber gerade Samsung und auch zum Beispiel das iPhone, die können das einfach irgendwie besser. Die setzen da mehr Wert drauf. Ihr bekommt hier relativ gleichwertig einige Farben. Wobei hier eins gibt es noch zu erwähnen. Also persönlich habe ich, wenn ich aufs Handy geguckt habe, jeweils hier hinten schon gar nichts mehr gesehen. Das war komplett überbelichtet, komplett hell und ich dachte, das wird eigentlich gar nichts. Hat das OnePlus eigentlich ganz gut hinbekommen. Mein Gesicht ist vielleicht im Verhältnis ein bisschen zu dunkel. Kommt drauf an halt, was ihr da jetzt im Prinzip euren Fokus haben wollt. Das könntet ihr auch mit dem Tab, also zu belichten im Prinzip, auch wieder hinbekommen. Aber was das Vivo gemacht hat, verstehe ich nicht ganz. Ich habe da so einen leichten Halo drumherum gekickt. Und soweit ich weiß, habe ich noch keinen Engelsstatus gekriegt. Nochmal ein bisschen mehr Lowlight, also ein bisschen dunklere Stellen. Also was mir halt an dem Vivo gefällt, es sieht zwar softer aus, aber es sieht halt sehr, sehr natürlich. Und ich sage jetzt mal ruhig aus, das Bild. Das OnePlus sieht in der Regel schon recht gerne mal ein bisschen busy aus. Also so zu gekünstelt. Da sollte man teilweise die Finger von ein bisschen weglassen. Jetzt ganz kurz mal Lowlight. Das ist, ja, eine komische Sache. Weil, guckt euch mal jetzt die Bilder an. Das sind beide normal, beide relativ schnell geschossen. Und man sieht einen deutlichen Qualitätsunterschied. Also das Vivo ist da nochmal einiges besser. Auch der Braunton sehr, sehr angenehm. Die Schärfe und so weiter ist da. Und ich fand ja eigentlich auch das OnePlus schon gut. Und das ist es auch noch. Aber der riesige Unterschied, was nicht mal sobald wir Lowlight einschalten, also den Lowlight-Modus, den Nachtmodus. Weil hier wird das OnePlus jetzt, ich sage mal, ein gutes Stückchen besser. Aber das Vivo nahezu nicht mehr. Und das sieht man halt wirklich sehr gut, wenn wir jetzt mal OnePlus angucken. Vorher, nachher oder mit und ohne Nachtmodus. Und da sieht man, hier wird mehr raus. Wobei es ein bisschen zu bleich mir hier schon wird. Aber es sind mehr Details. Bei dem Vivo allerdings passiert da nahezu gar nichts mehr. Das ist so ein minimaler Unterschied. Das Bild braucht ein bisschen länger. Und ich habe ja schon gesagt, bei dem OnePlus könnt ihr euch im Prinzip eigentlich in den meisten Fällen den Nachtmodus sparen. Manchmal bringt er halt was. Aber bei dem Vivo könnt ihr ihn eigentlich in der Regel komplett weglassen. Weil ich sehe da keinen Vorteil. Aber die Bilder, muss ich sagen, von den Farben und gerade von den Kontrasten. Also hier das, super natürliche Farben. Hier eben auch korrekter Schatten. Da will mir das OnePlus fast schon ein bisschen zu viel darstellen. Also auch gute Details, was man halt dafür, dass ich selber eigentlich nur hier ein bisschen was gesehen habe, haben die das sehr, sehr gut rausgefädelt. Wobei es komisch ist, ich weiß nicht, ob das per Software noch gefixt wird bei dem OnePlus. OnePlus hat im Dunkeln irgendwie generell einen Grünstich. Den werdet ihr auch später noch sehen. Und das ist eben das Gleiche, wie eben auch schon vorhin. Also Vivo ohne Nacht und mit Nacht wird eigentlich nur heller. Was ich dann unnatürlicher finde, weil es einfach zu stark belichtet aussieht. Also im Prinzip lasst den Nachtmodus komplett weg. Und hier sieht man halt den Grünschleier beim OnePlus. Also auch gerade hier hinten, der Ton ist hier deutlich sichtbarer. Also Vivo ist mir für meinen Geschmack dafür, dass es viel dunkler ist, das Bild, weil es irgendwie 2 Uhr nachts war, viel zu hell. Klar, da ist eine Laterne, die da drauf scheint. Aber ansonsten Schärfe ist da. Die Details sind da. Wobei sich hier gerade bei dem Bild, da das, dass es ein bisschen overexposed ist, schon teilweise ein bisschen verloren gehen. Und sobald dann halt das OnePlus den Nachtmodus einschaltet, wird das hier ein bisschen besser. Wer halte dieser grüne Schleier weg? Weil der ist auch ja mit dem Auge nicht sichtbar. Und hier sieht man den halt auch noch mal. Also es ist irgendwo dazwischen. Das ist ein bisschen zu kühl, das Vivo. Das ist zu warm. Aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, auch gerade wenn man die Details hinten so ein bisschen anguckt. Also ganz klar Vivo. Und das OnePlus war ja schon gut in der Hinsicht. Jetzt gehen wir auf die normalen Bilder. So, was ich hier ganz interessant finde, ist, wenn ich einen direkten Wechsel mache. Denn guckt euch das jetzt schon mal an. Ihr seht, also hier ist schon wieder dieses auf der Hauptkamera heftige, überschärfendes OnePlus sichtbar. Und das sieht einfach so unangenehm aus. Und gerade wenn wir jetzt mal das Bild jetzt mal so angucken und wir switchen jetzt mal. Also wie schon gesagt, die Bilder sind immer leicht versetzt. Aber gerade wenn ich mir das auf meinem Beamer angeguckt habe, die ganzen Bilder, der ein bisschen zum Überschärfen neigt, weil es halt nur ein Full HD ist. Da sah das irgendwie aus bei dem OnePlus, als ob die Bilder irgendwie immer im Winter geschossen wurden, als ob da Schnee lag, weil da so viele weiße Konturen waren. Und das ist einfach durchgehend sichtbar. Aber wenn wir jetzt die Details mal angucken, also das Eberhard, sehr gut ist es sichtbar. Und ich sehe halt bei dem Vivo eigentlich nirgends einen Überschärfen. Also bei dem Bild sieht man es nicht, aber ein sehr gutes Beispiel habe ich hier. Da sieht man es halt wirklich extrem. Also wenn wir da mal gerade mal das, ihr seht hier diese weiße Linie. Und das zeigt halt eben, ob Überschärfen da ist oder nicht. Und das seht ihr hier bei dem deutlich softeren natürlich eben Vivo nicht. Und was ich jetzt eben entdeckt habe, das gibt ja hier bei der App hier die Option, ich weiß nicht, ob ihr es hier oben seht, jetzt glätten. Und also jetzt wird das ein bisschen gefixtes Problem. Nicht komplett, aber meiner Meinung nach sollten die Bilder bei dem OnePlus aussehen, wie wenn glätten aktiviert wäre. Also ihr seht, beide werden natürlich softer durchgeglätten, aber beim OnePlus ist der Unterschied, weil das im Prinzip die App dieses Überschärfen korrigieren will, ist der Unterschied eben deutlich größer. Bei dem Vivo passiert da nicht mehr wirklich viel, weil das eben halt nicht überschärft. Und das sieht man jetzt zum Beispiel auch gerade bei dem Bild hier sehr, sehr gut. Also ich habe letztes Mal schon gesagt, das sieht natürlich deutlich detaillierter aus auf den ersten Blick, deutlich schärfer. Aber auch wieder ein bisschen so übertrieben künstlich. Und wenn wir jetzt eben auf gerade mal diese Ritze hier gucken, die haben hier diese auch, diese weißen Doppelspuren. Und schalte ich jetzt das Glätten ein, dann sind die schon deutlich vermindert. Also würden die Bilder out of the box so eher raus schon kommen, dann würde das OnePlus mir schon deutlich besser gefallen. Also sie haben ja schon auch mit dem Update gesagt, sie arbeiten da dran und sie haben es verbessert. Aber wenn ich mir die Bilder so ansehe, also gerade hier, das sieht einfach detailszerstörend aus. Und ich habe es da lieber smoother, weil nachschärfen kann ich jederzeit. Und jetzt sieht man halt auch nochmal den Unterschied. Also je mehr ihr von diesen weißen Doppelspuren, und je mehr das beseitigt wird, desto mehr seht ihr halt, dass da überschärft wurde. Dann nochmal hier ein Bild. Also hier unten sieht es Vivo generell unschärfer aus. Also je mehr Texturen ihr habt, oder eben so Kanten, wo überschärft werden könntest, desto eher wird es halt auffällig. Hier nochmal kurz ein Bild. Hier möchte ich nochmal kurz das zeigen mit den Wolken. Also hier dunkler. Ich persönlich habe hier schon nahezu keine mehr gesehen. Das macht das Vivo wieder sehr gut. Dann an der Mauer sieht man hier auch wieder ein bisschen teilweise fast schon überhält bei dem Vivo. Aber okay. Hintergrund sieht deutlich strukturierter aus. Weil hier gehen schon relativ viele von diesen Steinen verloren, die man bei dem OnePlus noch recht. gut sieht. Und hier oben, das ich immer gerne zeige, da hat das Vivo leider diesen leichten Grauschleier, den ich nicht mag. Aber wenn wir halt genauer gucken, ihr seht hier in den Balken noch ein bisschen mehr Details, die schon verloren gehen. Ob ihr dann deswegen den Schleier so ein bisschen in Kauf nehmt. Aber das Hauptding, wo ich ja immer wieder drauf rumreite, ist, wie sehen die Bilder pur aus, wenn ihr die so begutachtet. Und ich muss halt sagen, die Vivo Bilder sind nahezu ideal. Also vielleicht für manche, wobei eben auf dem kalibrierten Monitor zu sagen, muss ich sagen, das leicht gelbliche, dieses leicht warme, sieht sehr natürlich aus. Aber ihr habt hier im Dunkeln, einfach mehr Details, teilweise ein leicht helleres Bild. Aber es wirkt halt sehr, sehr ruhig, das Bild. Und das sieht man eben gerade hier unten auch bei dem Gras. Das sieht hier schon wieder, ja, so verhauen aus. Kurz nochmal von Weitem die Schärfe mal testen da hinten. Also das Kunstschule. Kann man bei beiden, ja, ähnlich gut lesen. Also beim OnePlus ein bisschen besser, aber halt auch, weil Pixel-Lieger hier allerdings schon ein bisschen verhauen. Mauer, deutliche Unterschiede, auch die Steine hier vorne. Weil das ist auch das, was ich gemeint habe, das Vivo ist nicht immer durchgehend übers ganze Bild scharf. Da ist schon so eine Art Bokeh-Effekt sichtbar. Weil ihr seht, wenn wir jetzt mal vorne hier gucken, die Blumen sehen in etwa gleich gut aus. Vielleicht ein kleines bisschen besser bei dem Vivo. Aber sobald wir ein bisschen in den Hintergrund gehen, wo jetzt zum Beispiel dieser Baumstamm links noch sehr scharf ist, der ist schon komplett blurry bei dem Vivo. Und die meisten Leute wollen ja diese Tiefen-Unschärfe. Und wenn ihr eben Bilder eben habt, wo der Hintergrund ja deutlich weiter geht, wo der Fokus ja natürlich ganz anders ist, dann sind die Unterschiede nicht sichtbar. Das ist also bei den Näheren sichtbar. Und das ist eventuell eine Sache, die wollt ihr oder ihr wollt sie nicht. Aber persönlich, was ich halt nicht mag, ist das Überschärfe bei der OnePlus. Also das ist auch hier die Farben wieder. Das Gelb hier, absolut korrekt. Absolut schön. Wobei ich jetzt auch hier wieder das eine erwähnen möchte. Ich habe ja bei dem letzten Video mit dem Xiaomi Mi 11 von dem OnePlus erwähnt, dass das ein bisschen flacher aussieht, wie ich jetzt hier zum Beispiel. Die Blumen sehen flacher aus und die sehen ein bisschen plastischer aus bei dem OnePlus. Wobei ich nicht ganz verstehe, wie das eine hier so eine Art Belichtung hier sieht, dass das Ganze angeleuchtet aussieht. Aber das Vivo eben nicht. Und das ist eine komische Sache, wo ich mir nicht ganz erklären kann. Also entweder ihr mögt das, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, plastischere oder eben flachere bei dem Vivo. Aber auf jeden Fall die Schärfe, die Farben und so weiter gefallen mir definitiv beim Vivo besser. Da gibt es aber eben noch ein Bild. Aber das habe ich jetzt nicht hier ausgesucht, glaube ich. Aber egal, gucken wir uns zum Beispiel das nochmal an. Hier ist jetzt zum Beispiel auch gerade nochmal das sichtbar. Das sieht schon, also gerade von Weitem aus, als ob das Ding mit Schnee belegt wäre. Also ich habe keine Ahnung, wo ist das. Das ist aber auch wieder dieses Überschärfen, weil glätten wir das jetzt. Jetzt, seht ihr das, von Weitem sieht es zwar immer noch zu viel aus, aber es sieht deutlich besser aus. Also auch, wie schon gesagt, wenn ihr jetzt meint, ja, ist doch deutlich schärfer. Ja, Geschmackssache, also. Persönlich gefällt mir dann lieber softer, weil schärfen kann ich jederzeit nachträglich. Und das sieht man auch hier in einem direkten Vergleich. Ihr habt hier gerade hier hinten schöne Tiefen und Schärfe. Und das ist nicht einfach Blurry, das ist Tiefen und Schärfe. Wo ihr zum Beispiel jetzt bei dem OnePlus nicht habt, weil da alles eben künstlich geschärft wurde. Sieht man auch sehr gut bei dem Baum. Und das sticht halt dadurch sehr schön heraus. Also da hat Vivo einen echt guten Job gemacht. Kurz nochmal ein paar andere Bilder. Hier ist es allerdings gerade andersrum. Hier wirkt jetzt irgendwie der Busch von der Seite ja deutlich mehr angestrahlt, wo er beim OnePlus nicht mehr ist. Also das ist natürlich auch wieder leicht winkelbezogen, wie ich die Bilder schieße und so weiter. Wenn wir jetzt mal hier gucken, nochmal die Schrift. Ja, aber tendenziell ist es eigentlich überall gleich. Andere Bilder müssen wir uns da jetzt nicht länger angucken. Ich glaube, ich habe jetzt alles durch. Möchte ich noch kurz bei dem Vivo, weil es ja ein Kameratest ist, noch auf die Videos eingehen. Wobei da halt eher kurz muss ich die nur finden. So. 4K60 erscheint. Hier gibt es ja diese anscheinende Gimbal-Kamera, aber irgendwie wird die bei 4K60 nicht aktiv. Also das sieht schon aus, als ob es The Walking Man Dude aufgenommen hat. Wer nicht weiß, wer das ist, das ist ein YouTube-Kanal. Guckt einfach mal Walking Man Dude. Oder Dude. Also extrem wackelig und unangenehm. Wobei ich auch sagen muss, das Bild ist allgemein nicht wirklich scharf. Also das kann das OnePlus definitiv besser. Das wirkt so durchgehend einfach, auch wenn es jetzt zum Beispiel hier in 4K30 schön stabilisiert ist. Einfach durchgehend sehr, sehr soft. Und das ist jetzt nicht so, als ob das wirkt mir zu soft im Vergleich zu anderen. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber noch viel komischer ist Selfie. Denn jetzt sieht komischerweise das Vivo ein gutes Stückchen überschärft aus. Aber ansonsten sieht es nicht schlecht aus. Aber das ist nur, solange ich noch nicht laufe. Denn sobald ich laufe und ich habe keine Option gesehen, wo die Frontkamera stabilisiert wäre, fängt es jetzt hier halt extrem stark an zu wackeln. Also guckt euch das jetzt mal an. Also im Prinzip ist das jetzt nutzlos. Also auch wenn das Video gut ist, dadurch, dass es nicht stabilisiert ist, ist es meiner Meinung nach ein Witz. Also auch hier, was sollen wir damit wieder anfangen? Auch das nächste Bild hier nochmal im Dunkeln. Nicht nutzbar. So, und das, ja. Aber 4K 30, wie gesagt, geht gut. Also das sieht sauber aus, solide. Da kann ich mich nicht beschweren. Zum Beispiel auch nochmal. Hier nochmal ein Bild. Oder, ja. Das ist jetzt mit einem Zweifach-Zoom. Da sieht es halt überschärft aus. Also da haben sie versucht, das, was sie, wenn sie näher rein croppen, wieder besser zu machen. Hat nicht hingehauen. Aber auch hier, wenn man jetzt eben nicht so viel Bewegung drin hat in 4K 30, sieht gut aus. Wie gesagt, könnte schärfer sein. Ah ja, eine Sache, auf die ich noch entspricht. Es gibt ja diesen super stabilisierten Modus. Und ich muss sagen, also das ist ja nur 1080p dann beschränkt. Das, was ihr an minimal mehr Stabilität kriegt im Vergleich zu 4K 30, ist nahezu nicht sichtbar. Aber das Bild ist deutlich unschärfer. Weil jetzt, also das sieht schon arg blurry aus. Und jetzt in 4K 30, das ist nahezu genauso stabil. Aber es sieht halt ein gutes Stückchen schärfer aus. Aber, damit soll es das gewesen sein. Ich fasse es jetzt nochmal kurz zusammen. Fangen wir mal an mit Selfie. Beide, würde ich sagen, so gleich unspektakulär, dass es da keinen direkten Sieger gibt. Also beide, da gibt es bei beiden deutlich Luft. Beide langen aus. Ultraweitwinkel. Wie schon gesagt, rein optisch von den Details, von der Schärfe, ein ganz, ganz kleiner Vorteil Richtung OnePlus. Wobei das nur ein paar Bilder ansichtbar ist. Ein paar mehr, als wo eben das, zum Beispiel das Vivo besser ist. Aber der Unterschied ist zu gering. Dafür gefallen mir die Farben persönlich. Das ist allerdings auch ein bisschen subjektiv deutlich mehr bei dem Vivo einfach angenehm und so weiter. Also, deswegen könnt ihr den Unentschieden geben. Rein subjektiv gebe ich so einen leichten Notch Richtung Vivo. Dann Zoom. Brauchen wir nicht drüber reden. Ganz klarer Sieg Richtung Vivo. Also gerade das Bild, wo ich über den Fluss, diese Wurstbude oder so weiter, diese Imbissbude, für den Riesenunterschied, also je höher ihr mit dem Fokus geht, da hält sich das Vivo noch ganz gut. Aber auch schon der 3,3er, also den ich ja im Prinzip simuliert habe, damit wir auf das Gleiche kommen wie bei OnePlus, schon deutlich besser wie bei dem OnePlus. Das komischerweise jetzt, vielleicht liegt es an dem neuesten Update, deutlich unschärfer geworden ist. Oder zumindest liegt es vielleicht auch am Wetter. Weil ihr habt gesehen, und ihr habt auch in den vorigen Videos gesehen, dass der Zoom sonst besser konnte. Und ich glaube nicht, dass es nur das Wetter war. Weil ich habe auch schon Bilder mit dem OnePlus vorher geschossen. Also da haben sie es mit dem Überschärfen jetzt vielleicht ein bisschen zu stark weggenommen. Und ja, da ist aber keine Diskussion. Da ist es Vivo um Längen besser. Bei der Hauptkamera würde ich dann sagen, aufgrund dessen, dass das OnePlus immer noch zu inkonsistent ist. Das ist immer noch überschärft. Die Farben wirken leider noch ein bisschen zu labelos. Und ich habe zum Beispiel auch jetzt mal Bilder gemacht, weil Leute mich gefragt haben, mit eben Normalmodus und Pro-Modus, der die Hasselblatt-Farben hat. Die Farben und die Kontraste und die Abstimmung ist im Hasselblatt-Modus ein bisschen besser. Aber so ist das halt schon hier ab Werk. Also das Vivo mit der Hauptkamera, nichts übertriebenes an Schärfe. Sehr, sehr schöne Kontraste, gute Dynamic Range, natürliche Farben, angenehmes, ruhiges Bild, aber eben detailliert. War es absolut zu überzeugen. Dann Video leider nicht ganz so. Also ihr habt es gesehen, 4K60 im Prinzip nicht nutzbar, genauso wie auch 1080p. Und ich habe die Stabilisierung und so weiter alle überprüft. Die waren an, keine Ahnung, ich weiß, der Gimbal-Mode, Gimbal-Kalibriert und so weiter. Aber so sah das Ergebnis aus. Weil 4K30, habt ihr auch gesehen, funktioniert das Ganze auch. Und 4K, doch 4K30. Und 4K30 sieht es auch ganz okay aus. Aber wenn ihr Videos hauptsächlich aufnehmen wollt, seid ihr mit dem OnePlus besser aufgehoben. Aber ansonsten sehe ich keine wirklichen Vorteile. Weil selbst wenn die Weitwinkel besser wäre, was ab und zu mal ist, ist das zu wenig. Also normale Kamera besser. Zoom besser, Weitwinkel so nah, dass es kein Unterschied ist. Selfie-Kamera so gut, dass es keinen Unterschied gibt. Und dann halt Video hier, aber das soll es gewesen sein. Persönlich, was halte ich von der Kamera? Gefällt mir sehr gut. Aber sie ist halt auch nicht das Nonplusultra, wie sie manche mir angepriesen haben. Sagt nur, guck dir mal die Zeiss an und so weiter. Zoom und Haupt auf jeden Fall. Weitwinkel gibt es viele, wo so gut sind. Video gibt es viele, wo besser sind. Und Selfie ist auch nichts Besonderes. Das ist aber auch das, wo ist eure Priorität? Schießt ihr permanent Zoom-Bilder? Müsst ihr zu Vivo greifen? Schießt ihr die sowieso nahezu nie? Könnt ihr auch genauso gut zu OnePlus greifen, wenn die mal das Überschärfen in den Griff gekommen haben. Aber als Ganzes, wenn ich mich für eine der beiden wegen der Kamera entscheiden müsste, ganz klar Richtung Vivo. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, super Abmoderation, aber Video geht's kommen.